Es ist mal wieder Mittwoch, verehrte Freunde, und somit natürlich der heiß geliebte Snapshot-Tag. Es ist auch eben wieder ein brandneuer Minecraft 1.18-Snapshot für die A-Edition von Minecraft erschienen. Sehr, sehr spät, deswegen auch umso später das Video. Dennoch gucken wir uns das natürlich auch sofort nach Release, wie immer, an. Und heute sind auch die neuen Advancements unter anderem dabei, oder einige von den neuen, ich denke mal, da kommt noch mehr. Aber auch noch so die ein oder anderen spannenden Änderungen, die ihr unbedingt sehen müsst. Ansonsten, wie immer, abonnieren ist kostenlos und verpasst nie wieder irgendwelche Minecraft-News mehr. Row to 300.000, würde ich sagen, und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben dalassen, falls dir Minecraft-News gefallen sollten. Besten Dank. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der einfachsten Sache an, und zwar mit den Advancements, Achievements oder Trophäen, wie man das Ganze auch immer nennen möchte. In diesem Fall auf der Java-Edition sind es natürlich noch die Advancements. Wir haben ganze vier Stück an der Zahl, und die müssen wir jetzt alle einfach mal raussuchen. Aber es sind, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur vier. Ich denke mal, da kommt aber noch mehr, weil der Warden, der wird bestimmt auch irgendein Advancement haben in irgendeiner Form. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und da hätten wir unter anderem den Star-Trader. Das bedeutet, du musst mit einem Villager traden, ganz, ganz weit oben am Höhenlimit, also wo du keine Blöcke mehr platzierst, ganz, ganz, ganz oben. Da musst du dann einen Villager hin transportieren in irgendeiner Form und dann da oben einen Tauschhandel mit ihm abschließen. Und dann bekommst du dieses Advancement hier. Ist gar nicht mal so einfach, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier das zweite Advancement. Das nennt sich Case & Clips. Und da müssen wir praktisch von ganz, ganz oben einfach mal nach ganz unten springen. Am besten mit einem Wassereimer oder unten einfach einen kleinen Pool bauen. Also wirklich vom Höhenlimit drunter springen. Und schon bekommt man dann dieses Advancement. Also auch eigentlich relativ einfach. Einfach hochbauen, mitten im Meer und dann runterjumpen. Das finde ich eigentlich ganz süß. Der Sound of Music Advancement oder das Advancement eher gesagt. Da müssen wir einfach mal eine Jukebox in das Mido-Biom platzieren. Das ist dieses Wiesen-Biom, kurz bevor so ein Berg anfängt von den neuen Bergen. Also dieser Vorbereich, diese Wiese da. Und wenn wir da dann eine Jukebox platzieren und da eine, ja logischerweise, Schallplatte reinschmeißen, bekommen wir dieses wundervolle Advancement hier. Finde ich auch relativ süß sogar. Ja, frag mich nur, wie sie auf sowas immer kommen, immer. Unerwartet, aber es kam auch noch ein neues Nether Advancement dazu. Take a Strider for a long ride on a lava lake in the Overworld. Also, wir müssen uns einen Strider schnappen, den mit in die Overworld packen und da dann in einem Lavasee knappe 50 Blöcke einfach mal wandern oder fahren, laufen, wie auch immer. Und dann bekommen wir halt wirklich dieses Achievement. Also hier steht halt nicht drin, wie viele Blöcke, aber im Changelock steht 50 Blöcke und dann bekommt man Feels Like Home. Nice. Und genau das hier ist so ein besagtes Mido- oder Wiesen-Biom. Und hier gibt es nämlich auch eine kleine Änderung. Und zwar betrifft es diese Ganoven da hinten, die Bienen, beziehungsweise die Nester. Es gibt in Mido's immer mal wieder, ich sag jetzt einfach mal Wiesen, nachher spreche ich das die ganze Zeit falsch aus, immer mal wieder einsame Bäume. So wie der da hinten. Der hat jetzt zwar keins, aber genauso wenig wie dieser. Jedenfalls steht im Changelock, dass diese einsamen Bäume ab sofort immer mit einem Bienennest spawnen oder generiert werden. Das heißt, falls du mal auf der Suche nach Bienen sein solltest und du weißt, okay, in der Nähe ist ein Wiesen... Was zum Teufel geht denn da hinten ab? Ist ein Wiesen-Biom, ein solches Wiesen-Biom kurz vor einem Berg, dann auf jeden Fall ab nach da. Da wirst du dann mindestens einen Baum finden, der zwar einsam in der Pampa steht, aber ein kleines Bienennestchen parat hat. Und by the way, guckt euch das hier mal an. Also mit einem Sprung bist du direkt so weit unten, dass du auf dem Deep Slap Level bist, also wirklich unter Y0. Das ist schon der Wahnsinn. Also so ein Generierungsmuster, wie gesagt, das ist schon sehr, 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 sehr wow. Okay, es wird immer krasser. Okay, ich tue es direkt, Freunde. Bevor die Kommentare kommen, das ist der Seed. Viel Spaß damit. Achso, und natürlich auch die Koordinaten. Das sind die Koordinaten. Viel Spaß damit. Eine wirklich interessante Änderung, wie ich finde, zu den Dripstone Caves. Also das sind die Höhlen mit den Tropfsteinen, logischerweise. Da werden keine Zombies mehr drin spawnen. Okay, ich weiß nicht, woher diese Änderung jetzt auf einmal stammt oder dieser Sinneswandel. Aber in diesen Höhlen hier, mit diesen Tropfsteinen, werden naturell keine Zombies mehr generiert. Klar kann in einer Nebenhöhle einer spawnen, was offiziell nicht mehr zum Biom zählt sozusagen. Und dann ins Dripstone Gebiet sozusagen wandern. Aber spawnen wird hier kein Zombie mehr. Schaut mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Noch eine kleine Änderung, was die Settings angeht, beziehungsweise eine Einstellung. Es gab ja immer sozusagen eine Standardeinstellung bei der Helligkeit oder Brightness, also Default. Und das ist jetzt 50. Vorher war es, glaube ich, 75, wenn mich nicht alles täuscht, was die Standardeinstellung war. Jetzt ist es, glaube ich, was heißt, glaube ich, weiß ich, bei 50. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 75 war oder sogar drunter. Keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall 50. Also, sobald ihr das Game neu installiert haben solltet oder was auch immer getan habt, dann ist die standardweise immer auf 50 eingestellt. Aber wir machen das natürlich immer alle auf Bright. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das nicht so tut. Ja, wir haben uns gerade mal kurzerhand auf eine Schatzsuche begeben, denn da gibt es auch eine kleine Änderung. Also, die vergrabenen Schätze, die man ja dank der Schatzkarten finden kann. Die Schatzkarten findet man wiederum in den verschiffen, in verschifften, ah ja, in den versunkenen Schiffsracks. Und dann kann man so einen Schatz hier ausbuddeln. Und da gibt es eine kleine Änderung, was der Loot angeht. Und zwar kann man da jetzt, in diesem Fall waren wir sogar lucky, des Öfteren schon mal ein Potion of Water Breathing finden. Also, einen Unterwasseratmungstrank, was ich ganz cool finde. Und gleichzeitig, wo wir jetzt gerade mal den Trank hier haben, gibt es noch eine Änderung. Ich switch jetzt einfach mal so noch in den Survival-Modus. Weil es gibt eine Änderung bezüglich der Effekte. Beziehungsweise nicht die Effekte an sich, sondern halt die Effektliste sozusagen. Also erstmal, wir schlürfen den mal hier gerade runter, den Trank. Und dann haben wir ganz oben rechts, wie immer, unser Symbol, dass der Trank aktiv ist logischerweise oder der Effekt. Und jetzt sind die Settings so, dass der Effekt hier rechts angezeigt wird. Und wenn wir dann auch noch dieses Crafting-Book hier anmachen, dann wird hier rechts das Ganze dann nur noch als Symbol dargestellt. Also so ein bisschen, ja, kleiner, kompakter, damit man das trotzdem sehen kann. Hey, während ich was crafte, was für einen Effekt habe ich gerade eigentlich aktiv? Und wenn man das dann wieder zumacht, logischerweise ist das Ganze wieder normal groß. Mit dem Counter da drüber, äh, darunter eher gesagt. Und so halt wie gesagt nur das Symbol. Ganz coole Sache. Wenn man mit der Maus drüberwischt, würde man dann halt auch noch den Countdown sehen. Oder halt noch mit den Namen, falls man sich nicht mehr sicher ist. Ja, was sind nochmal die Bubablasen? Aber da sollte man eigentlich drauf kommen. Aber finde ich ganz cool. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass das vorher links war. Aber so kann man es auch machen, weil links wäre hier jetzt in dem Fall kein Platz gewesen. Deswegen der ganze Umschwung nach rechts drüber. Finde ich cool. Was sagt ihr dazu? Ja, und das ist es an sich auch schon gewesen. Es gibt natürlich noch so ein paar, ja, Änderungen, die jetzt näher so Bugfixe sind in irgendeiner Form. Aber für den heutigen Snapshot, was neue Features betrifft, die sehenswert sind oder erwähnenswert sind, ist es das eigentlich schon gewesen? Schreibt gerne mal eure Meinung zum heutigen Snapshot in die Kommentare. Was haltet ihr vor allem von den neuen Erfolgen? Findet ihr diese gut? Ist das momentan noch ein bisschen mager oder mau? Ich gehe sehr stark davon aus, dass da einige noch dazukommen werden. Vor allem für den Rewarden. Da gibt es bestimmten Advancement, mindestens eins oder vom Deep Dark, wenn man eins entdeckt und so. Deswegen seid ihr jetzt nicht enttäuscht, dass es noch nur vier sind, in Anführungsstrichen. Da kommt bestimmt noch was auf uns zu. Ansonsten auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Nicht vergessen, ich wünsche euch noch einen fantastischen Restabend. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und guten Abend noch. Einen guten Abend auf jeden Fall. Ich beende das Video. Ciao, Freunde. Tschüss. 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 Tσηweilen. Tav 54. T20 T5. T7. Untertitelung des ZDF, 2020